In diesem Video geht es darum zu erfahren, was Sauerstoff im Körper alles zu tun hat und welche 10 Wege viele Menschen bestreiten, um ihre Sauerstoffversorgung zu ruinieren. Dies untermauere ich dann noch mit 6 Maßnahmen, was genau man tun kann, Schritt für Schritt, um die bestmögliche Sauerstoffversorgung im Körper aufrecht zu erhalten und zu gewährleisten. Bevor wir starten, lasst noch schnell einen Daumen nach oben da, damit diese Tipps mehr Menschen erreichen und schreibt eure Video-Wünsche in die Kommentarleiste. Ich lese übrigens jeden Kommentar. Wofür braucht unser Körper überhaupt Sauerstoff? Tatsächlich sagen wir, wir verbrennen die Kalorien. Dieser Prozess heißt auch Oxidation in der Chemie. Das Oxy steht für Oxygen, also Sauerstoff englisch. Es gibt auch Oxidationen, wo kein Sauerstoff nötig ist. Diese Entdeckungen folgen aber erst später in der Chemie. Kurz gesagt, unser Körper benötigt Sauerstoff, um Fett und Kohlenhydrate zu oxidieren bzw. zu verbrennen. Das heißt, zur Energie in Form von ATP umzuwandeln. Denn ATP heißt der universelle Energieträger bei uns im Körper und nicht Weißwurst und Bier, wie die Bayern oft denken. Banal gesagt, der einzige Grund, wieso du atmest, ist, weil du Fett und Kohlenhydrate zur Energie umwandelst. Es gibt so ein Hokuspokus wie Lichtnahrung, dass jene sich nur von Licht ernähren. Dort sind direkt zwei Fehler in dieser Aussage. Erstens ernähren sie sich von Sauerstoff und Zucker wie Fett. Zweitens, wenn sie wirklich nur von Licht leben würden, würden sie auch aufhören zu atmen, da im Energieprozess immer Sauerstoff benötigt wird. Sonst wären wir noch immer Bakterien. Was ist eine Hypoxie? Dies ist ein Sauerstoffmangel. Dieser ist gar nicht so einfach zu diagnostizieren, da er in verschiedenen Arealen im Körper auftreten kann. Je nach Beschaffenheit der Durchblutung. Gemessen wird dies mit einem Pulsoximeter, welches die Sauerstoffkonzentration in den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten, misst. Genauer, im roten Blutfarbstoff, den Hämoglobin. Diese Methode ist aber nicht optimal, da bei einem starken Mangel von Eisen oder Vitamin B12 oder Glutation, der Hämoglobinwert stark sinkt und Hämoglobin trägt unseren Sauerstoff durch den Körper. Wo wir auch schon beim Thema Anämie sind, der Blutarmut. Diese Erkrankung wird durch eine Verringerung von roten Blutkörperchen, genau genommen auch dem roten Blutfarbstoff, erreicht. Diese Erkrankung kann viele Ursachen haben. Kurz nochmal oberflächlich zum Aufbau. Die roten Blutkörperchen, die Erythrozyten, sind rot wegen dem roten Blutfarbstoff, dem Hämoglobin. An diesem können vier Eisenatome binden, die zweifach positiv geladen sind und sein müssen. Denn nur an zweifach positiv geladenem Eisen können dann pro Eisenatom ein weiteres Sauerstoffatom andocken. Das bedeutet pro Hämoglobin vier Eisenatome und vier Sauerstoffatome. Wird das Eisen aber oxidiert von Sauerstoffradikalen, die durch einen schlechten Lebensstil- und Mangelzustände induziert werden, wird das Eisen zu dreiwertigem Eisen oxidiert. Und damit verliert es die Fähigkeit weiterhin, Sauerstoff zu binden. Dieses Molekül nennt man dann nicht mehr Hämoglobin, sondern Methämoglobin. Dieses sorgt dann für einen Sauerstoffmangel im Körper. 1. Beschützt Glutathion eines der wichtigsten Antioxidantien im Menschen unsere Erythrozyten vor Oxidation von Sauerstoffradikalen. Glutathion reduziert in den Erythrozyten Methämoglobin, das keinen Sauerstoff mehr transportieren kann. Wieder zu funktionsfähigem Hämoglobin. Glutathion verhindert den Abbau und Zerfall schwefelhaltiger Proteine in der Membranhülle von den roten Blutkörperchen, den Erythrozyten, und unterstützt so deren Funktionsfähigkeit. Daher spielt es eine besondere Rolle, das Glutathion, in der Sauerstoffversorgung im Körper. Wenn man sich vorstellt, dass 99% aller Blutzellen diese bluttransportierenden Zellen sind, die Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, da bekommt man eine Ahnung, wie wichtig ein guter Glutathionsspiegel ist. Da ist das Antioxidantien, welches 99% aller Blutzellen beschützt. Daher ist dieser zu messen. Achtung! Glutathion kann nicht oral zugeführt werden. Dazu haben wir eine Studie gemacht, sondern nur liposomal. Bei einem Mangel verlinke ich euch sehr gerne Studienbasiert höchst wirksames Glutathion unter diesem Video. Zweitens liegt es auf der Hand. Hat man zu wenig Eisen, wird der Körper sein Hämoglobin nicht mit Eisen besetzen können. Und daher kann man auch keinen Sauerstoff an das Hämoglobin binden, beziehungsweise an das Eisen. Daher ist ein Eisenmangel zu beheben wichtig, es sollte immer auch der Ferritinwert gemessen werden, nicht nur der Eisenwert. Auch wirkt liposomales Eisen deutlich besser. Denn es gibt Frauen, die sogar mit über 100 Milligramm ihren Eisenwert nicht in den Griff bekommen haben. Daher empfehle ich immer höchst wirksames liposomales Eisen. Auch dazu haben wir eine Studie gemacht, dass 15 Milligramm liposomales Eisen deutlich besser wirkte als 40 Milligramm herkömmliches Eisen. Beziehungsweise 15 und 40 Milligramm normales Eisen kaum einen Unterschied macht, wenn es nicht liposomal verabreicht wird. Seht ihr hier. Bei der Blutuntersuchung sollte auch immer das Gesamtprotein gemessen werden. Wenn dort ein Mangel besteht, wird der Körper das Eisen nicht durch den Körper transportieren können. Da das Protein Transferin Eisen transportiert. Und wie schon gesagt eben aus Proteinen besteht. Genau genommen Aminosäuren. Drittens sind Zink und Kupfer und Vitamin B12 ebenfalls entscheidend bei der Blutbildung. B12 dient ein Zentralatom für das Hämoglobin. Dieses sollte mitbestimmt werden. Viertens Schleim und zwar ständig in der Nase und vor allem abends oder nachts. Dies behindert die optimale Sauerstoffversorgung beziehungsweise Aufnahme. Dies kann man auch sehr gut über die Ernährung beeinflussen. Dort reagiert jeder anders. Der Schleimzucker, Laktose, also das Entfernen von Milchprodukten, wird bei einigen sehr, sehr gut. So wie Gluten aus Getreide, vor allem aus dem Weizen. Es gibt aber auch einen Stoff, der NAC heißt, also N-Acetylcystein, welchen ich täglich nehme, zwei Kapseln. Der in der Studie zeigte, dass er dreimal besser den Schleim ganztägig entfernte, wie in der Placebogruppe. N-Ac hat die Fähigkeit, die Proteine im Schleim zu spalten und ihn dadurch flüssig zu machen und genau genommen zum Abtransportieren fertig zu machen. N-Ac wirkte sich ebenfalls in einer randomisierten Placebokontrollierten Studie sehr positiv auf den Krankheitsverlauf bei Grippe aus. 50% der Symptome konnten abgeschwächt werden in der N-Ac-Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe. 5. Natürlich Lungenkrankheiten, wie Fibrosen, das heißt Vernarbungen, COPD und so weiter, dass weniger Sauerstoff allgemein aufgenommen werden kann. 6. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, sodass das Blut nicht suffizient in jedes nötige Areal im Körper gepumpt werden kann. 7. Niedriger Blutdruck auch ohne Herzerkrankung. 8. Chronischer Stress, der zur Verspannung der Muskulatur auch in der Lunge führt. 9. Oxidativer Stress, denn Sauerstoffradikale oxidieren nicht nur das Eisen im Hämoglobin, sondern beeinträchtigen sie auch die Arterienfunktion. Da sie das Stickstoff Monoxid, ein Gas, welches die Muskulatur relaxiert in den Arterien, wegpuffern. Dadurch verengen sich die Gefäße, die Sauerstoffversorgung ist beeinträchtigt. 10. Natürlich ungünstige Blutfettwerte, vor allen Dingen HDL und oxidiertes LDL. 10. Und arteriosklerotische Plaques, die zur Verengung der Arterie führen. Jetzt schauen wir uns 6 Wege an, wie man die Sauerstoffsättigung verbessern kann. Also erstens müssen wir verstehen, wo die größten Sauerstoffkonzentrationen sind im Körper. Und das ist klar. Dort, wo viele Muskeln sind und Neuronen sind. Also nicht nur im Hirn, welches 20% der Gesamtenergie beansprucht, sondern auch in den Beinen, Rücken, Armen, Herz und so weiter. Denn wie wir gelernt haben, nutzen wir Sauerstoff, um Energie in den Kraftwerken, den Mitochondrien zu erzeugen. Das heißt, Muskelaufbautraining erhöht massiv die Sauerstoffspeicherkapazität. Ich kenne jemanden, der deutscher Meister im Bodybuilding war. Dieser hat leider eine Fibrose. Seine Lunge vernarbt und das stetig. Und dadurch bekommt er viel weniger Sauerstoff. Er hatte im Finger so tiefe Werte, dass der Arzt meinte bei der Kontrolle im Belastungstest, er müsse schon längst umgekippt sein. Doch er konnte durch seine enorme Muskelmasse so viel Sauerstoff vor allem aus den Beinen freisetzen, dass sein Körper dies komplett kompensieren konnte. Sowas hatte der Arzt noch nie erlebt. Daher ist die Devise, je mehr Muskeln du hast, desto größere Sauerstoffreserven hast du, die bei Engpässen aushelfen. Und das ist der mit Abstand auch beste Tipp, wirklich Muskelaufbautraining zu betreiben. Die Sportkategorie bei purer Zell wird jetzt bald eingeführt mit dem meines Erachtens fortschrittlichsten Protein, das gerade erhältlich ist. Ein Zweitkanal meinerseits wird dann dementsprechend auch folgen. Tipp Nummer 2. Die Zufuhr von Nitrat. Dieses findet sich vor allem im Gemüse und besonders in der Roten Beete. Dieses wird dann von Darmbakterien zu Nitrit umgewandelt. Im Körper wird es dann zu Stickstoffmonoxid. Für diese Reaktion braucht unser Körper aber einen Elektronenüberschuss. Das heißt, hohes antioxidatives Potential, also viele Antioxidantien. Dazu gleich mehr in Tipp 3. Stickstoffmonoxid hat die Fähigkeit, Muskulaturen zu entspannen. Hinter der Arterie vor allen Dingen. Es ist ein Gas, welches bis zu 10 Sekunden stabil ist, was sehr, sehr viel ist im Körper. Da es keine Ladung trägt, kann es einfach diffundieren aus der Arterie raus in den Muskel darunter. Das wurde in einer Studie gezeigt, dass der Durchmesser der Arterie in der Rote-Bete-Gruppe deutlich zunahm, im Vergleich zu der Gruppe, die keine Rote-Bete zu sich nahm. Der Vorteil, die Durchblutung kann dadurch besser passieren und damit einhergehend auch die Sauerstoffversorgung, welches die Hauptaufgabe des Blutes ist, neben der Wärmevermittlung. Die Reaktionsgleichung seht ihr hier. Das E steht für ein Elektron. Und Antioxidantien tragen Elektronen. Das heißt, Nitrat kann nicht wirken ohne einen Antioxidantien-Überschuss. Das ist ganz wichtig. Daher jetzt Tipp 3. Antioxidantien, wie gerade schon gesagt, braucht unser Körper, um das über die Nahrung aufgenommene Nitrat zu Stickstoffmonoxid umzuwandeln. Was ja wichtig war für die Breitstellung der Arterie. Auch Vasodilation genannt. Siehe Reaktionsgleichung das E-. Antioxidantien helfen aber noch bei einem ganz anderen Prozess. Stickstoffmonoxid bestimmt, wie breit unsere Arterie gestellt wird. Es ist aber gleichzeitig auch ein sehr reaktives Molekül. Genau, genau, tatsächlich ein Radikal. Da ist tatsächlich auch schnell mit Sauerstoffradikalen, beziehungsweise das Superoxid-Anion, weiter reagiert zu dem Zellgift Peroxynitrit. Was heißt das jetzt und was kannst du tun? Wenn das Stickstoffmonoxid weiter reagiert mit Sauerstoffradikalen, ist es nicht mehr Stickstoffmonoxid. Und wie in der Chemie schon gelernt habt, entsteht ein neuer Stoff mit neuen Eigenschaften. Das Resultat, dieser neue Stoff hat leider nicht mehr die Fähigkeit, eure Arterien breitzustellen. Die Folge ist, enge Arterien lassen schwerer viel Blut, beziehungsweise Sauerstoff durch, beziehungsweise das Herz muss mehr belastet werden. Was machen jetzt Antioxidantien in diesem Prozess? Ganz einfach. Antioxidantien haben die Fähigkeit, Sauerstoffradikale zu puffern, also unschädlich zu machen. Was hat das jetzt mit dem Stickstoffmonoxid zu tun? Wenn keine Sauerstoffradikale präsent sind, da sie durch Antioxidantien gepuffert wurden, bleibt das wertvolle Stickstoffmonoxid stabil und präsent in den Arterien. Da es keine Sauerstoffradikale gibt, die es umwandeln in das Zellgift Peroxynitrit, da zuvor die Antioxidantien diese Radikale gepuffert haben mit ihrem überschüssigen Elektronenangebot. Daher ist die Schlussfolgerung. Antioxidantien haben die Fähigkeit, Sauerstoffradikale zu eliminieren, die sonst unser wichtiges Stickstoffmonoxid umwandeln würden in das schädliche Peroxynitrit. Zu den stärksten Antioxidantien im menschlichen Körper gehören Glutathion, Coenzym-Q10 und Alpha-Liponsäure. Am besten sind diese liposomal zur Verabreichung, da diese sehr, sehr stark reaktive, schnell weiterentwickelnde Moleküle sind, die man auch wirklich da haben möchte, wo sie wirken sollen und nicht schon im Magen-Darm-Trakt ihre Wirkung zum größten Teil verlieren. Daher ist die liposomale Darreichungsform hier sicherlich der Goldstandard. Wenn man substituieren möchte, Glutathion sollte immer liposomal oder Penfusion zugeführt werden, da es zersetzt wird, bevor es aufgenommen wird, da es aus Aminosäuren besteht. Siehe unsere Studie dazu. Da verlinke ich euch hochwirksames Liposomales, da, wie in der Studie gezeigt, führte Normales zu keinem Anstieg im Blut bei den Probanden. Daher ist Glutathion doppelt so wichtig. Es beschützt die sauerstofftransportierenden Zellen, die Erythrozyten, und es hemmt die Radikale, die sonst unsere Arterien eng stellen. Absoluter Tipp Nummer 1. Zu Q10 haben wir gerade eine Studie in Auftrag gegeben, aber dieser Stoff ist so hochreaktiv, sodass es für mich ebenfalls keine andere Darreichungsform als liposomalen Sinn ergibt. So wie bei der Alpha-Liponsäure packe ich euch alles unter diesem Video. Übrigens Q10, Ubikinol und Ubikinol, ja, gibt da zwei Zustandsformen. Dazu mache ich ein separates Video und ich kann es schon mal jetzt anteasern, Ubikinol ist absolut nicht notwendig und viel zu teuer, da unser Körper diese beiden Moleküle beliebig ineinander konvertieren kann. Tipp Nummer 4. Wie oben schon gesagt, alle Stoffe, die zur Blutbildung wichtig sind, das heißt genügend Eisen, Protein, Kupfer, Zink und Vitamin B12, diese mal testen im Blut. Tipp Nummer 5. Kreatin. Genau genommen handelt es sich um Phosphokreatin. Dieses überträgt Phosphatgruppen. Doch wieso sollen mir Phosphatgruppen jetzt nützen? Kreatin ist das bestuntersuchteste Sublimit im Kraftsport, welches legal zu Leistungssteigerung zugelassen ist und auch mit besten Wirkungen versehen ist. Meiner Meinung nach ist Liposomales Q10 noch potenter oder gerade die Kombination aus beiden. Unser Körper baut aus Sauerstoff und Zucker oder Fett-ATP, den universellen Energieträger und Wasser. ATP steht für Adenosin-Triphosphat. Das Molekül ist aus der Nukleinbase Adenin aufgebaut, kennen wir alle noch aus der DNA und einem Zucker, der Ribose. Und jetzt kommt's, drei Phosphatgruppen. Das ist unser universeller Energieträger, von dem wir bis zu 100 Kilogramm je nach Muskelmasse pro Tag herstellen, auch du. Bei Einstrengung wird Phosphat im Körper verbraucht, sodass das ATP eine Phosphatgruppe abgibt von seinen drei. Daher heißt es dann nicht mehr Adenosin-Triphosphat, sondern Adenosin-Diphosphat für zwei Phosphate statt drei. Dieses Molekül kann jetzt wieder zu seiner vollen Stärke zurückkehren, wenn es wieder eine Phosphatgruppe zurückerlangt. Und das macht Kreatin. Es spendet Phosphatgruppen an ADP, also Adenosin-Diphosphat, sodass jenes wieder zu Adenosin-Triphosphat umgewandelt wird. Der Vorteil ist, die Mitochondrien, die Kraftwerke, die Sauerstoff benötigen, in Muskeln und Neuronen, verbrauchen jetzt mehr Sauerstoff, was zu mehr Kraftwerken führt und im Endeffekt zu einem größeren Speicher von Sauerstoff im Körper, was immer das Ziel sein sollte. Zusammenfassung Durch den Aufbau der Kraftwerke der Zelle, besonders mit Kraftsport, Kreatin und Coenzym-Q10, hat der Körper die Fähigkeit, mehr Sauerstoff in sich zu speichern. Die Arterien werden durch Stickstoffmonoxid, dem Gas, welches auch aus Nitrat gebildet werden kann oder aus der Aminosäure L-Arginin, breitgestellt, Damit der Blutfluss ungehindert vonstatten gehen kann. Denn Blut ist der Transporter von Sauerstoff. Antioxidantien haben eine protektive Rolle in der Erhaltung von gesunden Stickstoffmonoxid-Konzentrationen in den Gefäßen, damit jene auch genügend Blutfluss erlauben. Besonders das Hämoglobin ist von entscheidender Bedeutung. Die Bildung von Hämoglobin ist abhängig vom Zink, Kupfer, Eisen, B12 und Protein. Meine Empfehlungen findet ihr alle unter dem Video verlinkt. Danke für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Ich sag tschau.